Jetzt läuft sie oder wie? Ja. Jetzt können wir auch mal meinen Gestöhner anhören, oder? Also das heißt, du fahrst vor und du hinterher und ich bin nur das Letzte. Du bist das Letzte, Adi. Oh, der geht aber Gas hin. Oh, der geht. Die Wurzeln sind einfach total. Schön, Adi. Der Start ist drauf, mehr nicht von dir. Ja, Adi. Ich konnte nicht Staubolken, ich wollte nicht Staubolken. Jawohl, es ist drauf. Jawohl, es ist drauf. Jawohl, es ist drauf. Jawohl, es ist drauf. Das war auch ein paar Tage lang. Ein bisschen zu bearbeiten. Was war das? Alles klar? Ja, ja. Ich hab nur überall mega durchgeschlagen. Du hast mir irgendeinen verfickten Stopp. Ja. Weil ich den Länger einfach habe. Ja, logisch. Wenn die Kamera läuft. Kann man überhaupt wieder so ruhig machen. Geht's dir gut. Ja, ja. Boah, Alter. Ich glaube, das sieht richtig krass aus. Wie hast du das gesehen? Irgendwo da vorne. Ja, ja. Irgendwo. Ich hab einen Stock in den Lenker gehangen. Und da hab ich einen Lenker gegen gehalten, weil sie mir so rumgezogen hat. Und dann irgendwann hat sie mich da rüber. Ja. Ja, ja. Mensch, du bist auch immer da hinten drauf und schon passieren die tollen Sachen. Ja. Scheiße, ich darf die Kamera laufen nicht an. Ich bin nicht Geld wert. Ich kann nicht dir sagen, Marc. Ja. Ich spüre Schmerzen auf dem Team. Das hätt's mir verbetscht ohne. Ja. Auf die Kamera. Ja. Ja, Daniel hat sie anscheinend angemacht. Was ist? Fahrrad kaputt. Ja, ich glaube, das ist ein Wälder. Ja, ich fahre jetzt mal an die Teiche. Ja, warte mal. Ja, mach die Gruppe mal aus. Damit ich heulen kann. Ich will es auch drauf haben. Ja, tue ich ja. Ich weiß warum. Du bist ja runtergefahren wie ein Berserker. Das erste Stückchen. Du hast halt heute halt Adrenalin im Blut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich so schnell gefahren bin. Auf dem Video siehst du es bestimmt. Je nachdem wie der T-Shirt dran war. Das ist irgendein fetter Bengel. Ich bin hier zwischen Lenker und dem Boden. Und den habe ich dann hierher geschleift. Der ist halt nicht weg. Okay, fahren wir weiter. Dann gucken wir mal an den Lenker. Das ist halt nicht weg. Ja, ja, ja. Geht das Scheiß Ding auf. Mir ist voll in den Fien in den Mund geflogen. Gehen wir weiter, oder? Ja. Du hast deine Brennungen mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, bin ich schon mal drüber? Ja, klar. Achtung, Arti. Du hast mich nur zu Ende. Du bist immer fertig und felfgegibbe, Du bist noch zu Ende. Hetzel mal, was du schon mal drüber? Du bist noch aus. Du bist noch in der 60 aus. Ich bin noch nicht vor, Sollte ich habe die große das ist das große Ding, ich bin heute über Kitejump, ich bin nicht Muschi, fühle ich mich gerade ja die zweite Runde da gebe ich dann wieder alles die Augen voller Sand habe ich auf jeden Fall, weil die schon so rasant gezogen hat ja, nein, die Brenner lasse ich da ja, ist ein Arschloch, man brennt wirklich Sau ich habe zum Teil gar nichts mehr gesehen, weil es so viel Staub kommt das ist ja Katastrophal so jetzt fahre ich jetzt, ja, doch rum zu bemühen so 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 oh oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah! Ja, in der Sonne war ich sicher nicht. Ja und in der Landung sind auch so zwei kleine Absätze. Ja, in der Sonne war die Wurzeln. So, in der wieder Glöckfühl, ja. Die Temperatur fest ist. Die Temperatur ist noch ein bisschen fahrend ab, oder? Ich glaube, es ist nicht schlecht, aber es ist schlecht. Das ist nicht schlecht, das ist einfach lustig. Verrührst du? Ja, siehst du das? Ja, ordentlich. Wenn da nicht so Faralli voll drauf ist, ne? Bin ich voll gegen den Baum gehörig gefahren? Weißt du auch nicht genau. Ja, an der Visieresmacher in Südde. Was ist denn jetzt das? Ja. 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 Ich bin ja da so ein richtig fett Torner aus reinhängt. Wo er da nicht nachgibt. Das hört man sich genau drauf. Das ist was hier mussten. Kriegst du da eigentlich nichts in das Auge? ne oh 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 ho oh oh Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Schau dir das mal an, ich schau es dir nicht an. Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss.